Die von Menzel Metallbau entwickelten faltbaren Tore benötigen keine Bodenführung. Durch die Faltbeschläge falten sich die Torflügel ganz kontrolliert zusammen. Gegenüber herkömmlichen Toren kann die Öffnungstiefe auf fast die Hälfte reduziert werden. Gerade bei kurzen Einfahrten steht nun erheblich mehr Stellfläche für das Fahrzeug bereit. Doch die faltbaren Torflügel haben noch einen weiteren Vorteil. Bei steigenden Einfahrten heben spezielle Gelenke die Torflügel während des Öffnens so an, dass das Tor sich der Steigung genau anpasst. In dieser Ausführung lassen sich Toranlagen bis 10 Meter Breite realisieren. Eine weitere Möglichkeit zeigt dieses Beispiel. Links mit einem faltbaren und rechts mit einem einfachen Torflügel. Mit Torantrieben ausgestattete herkömmliche Tore lassen sich in der Regel nicht von Hand öffnen. Der Antrieb verhindert das manuelle Öffnen des Flügels. Dieser kann jedoch mit einem von Menzel Metallbau entwickelten Schlupftürbeschlag so ausgestattet werden, dass dieser Torflügel zusätzlich auch von Hand geöffnet und geschlossen werden kann. So kann man das Tor nach Bedarf wahlweise per Funk bedienen oder einfach per Hand. Die Schlupftür ist abschließbar und lässt sich mit der Klinke ganz gewohnt bedienen. In dieser Ausführung lassen sich Toranlagen bis 6,5 Meter Breite sinnvoll realisieren. Auch für den Fall, dass die gesamte Toranlage nur auf eine Seite geöffnet wird, hat Menzel Metallbau noch eine weitere Lösung entwickelt. Der Schlupftürbeschlag lässt sich mit dem Torflügel so verriegeln, dass durch Drücken der Klinke ein Teil des Tores geöffnet und geschlossen werden kann. Auch die Schlupftür XL lässt sich mit dem Schlüssel abschließen. Per Funk lässt sich die gesamte Toranlage jederzeit öffnen und wieder schließen. Natürlich lässt sich auch die Schlupftür XL mit einem faltbaren Flügel kombinieren. Dadurch kann auch hier die erforderliche Öffnungstiefe gegenüber herkömmlichen Toren auf fast die Hälfte reduziert werden. Durch die Faltbeschläge bewegen sich die Torflügel beim Öffnungs- und Schließvorgang ganz präzise. Diese Ausführung ist für Toranlagen bis 5 Meter Breite geeignet. Aber damit nicht genug. Die Schlupftür XL lässt sich ebenso bei den zweiflügeligen Toren verwenden, beispielsweise dann wenn sich die Schlupftür in der Mitte des Tores, und nicht an der Seite befinden soll. Die Falt- und Schlupftürsysteme von Menzel Metallbau lassen sich untereinander so kombinieren, wie es die jeweilige Einfahrtssituation erfordert.